So, damit ein kleines Meinwort zum Sonntag-Update. Es gibt Neues von Roman Lob. Vielleicht habt ihr es sogar schon mitbekommen. Denn Roman Lob macht bei der aktuellen Staffel von Unser Star für Baku mit und hat auch den Anlauf mehr oder weniger gewonnen. Ja, kaum ist er weg, kaum taucht er einmal auf, schon ist er wieder da. So kann man das vielleicht Ihnen beschreiben. Ich habe unten mal einen Link zu der TV-Total-Folge, wo er auch noch mal im Interview mit Stefan Raab ist, unten verlinkt. Und ich sage mal so, schaut euch das mal an, ist ganz nett. Und ja, kleines Update. Bis Sonntag. Ciao.